Hallo Robert. Du hängst hier auf der CeBIT ab und ich glaube, du bist gesättigt. Wir waren gerade auf einer Veranstaltung und was hast du mitbekommen jetzt auf der CeBIT? Ich habe schon oben gehört, es ist nicht so viel und der Rest der Woche ist jetzt, was soll ich machen? Wieso das? Ich will da jetzt keinen großen CeBIT dran starten, aber eigentlich muss ich das ein bisschen machen. Das liegt aber auch daran, weil ich glaube, meine erste CeBIT war 1995 gewesen. Und ich liebe die Messe eigentlich. Das ist nach wie vor die größte deutsche Computershow. Und das sollte man nicht unterschätzen. Was ich nicht liebe, ist, dass hier 25 oder 30 Hallen sind und du hier jeden Tag einen Marathonlauf machen kannst. Zumindest der kleinen. Das große Problem ist einfach, dass hier nicht, dass wenige Neuigkeiten da sind. Dass die großen Hersteller entweder auf der CES in Las Vegas ihre Neuigkeiten vorstellen oder gerade letzte Woche waren wir in Barcelona auf dem World Congress und alles, was so ein Bereich Consumer Electronics ist, ist alles mobile. Neue Handys, neue Tablets und das ist also der heiße Scheiße im Moment, wo die CeBIT dann irgendwie sind anscheinend von so einer Mittelstandsoftware-Messe mit auch ein paar Servern dabei. Was dann für den durchschnittlichen Leser bei uns nicht ganz so interessant ist. Ich glaube, das ist so ein Findungsprozess von der Messe im Moment. Die wissen noch nicht so ganz genau, wie sie definieren wollen. Du hast ganz vorne die SAPs und die IBMs und so und viel, viel Software. Dann hast du so eine kleine Schienahalle, die dann da ist. Dann hast du aber auch noch WebCiety. Und es kommt irgendwie alles so ein bisschen durcheinander. Das klappt mir jetzt auch so eine riesengroße Messe mit sich. Das heißt, was würdest du eigentlich der Messe empfehlen überhaupt noch zu machen? Ich meine, jetzt hast du ja schon die verschiedenen Messen genannt, die halt ihr Thema haben, für das sie stehen weltweit, wo auch die Firmen mega Auftritte haben. Gibt es da überhaupt noch einen Platz, was die Messe für sich in Hannover noch finden kann für die CeBIT oder ist das jetzt gelaufen das Ding? Die CeBIT muss da ganz klar an die Hersteller rangehen und sagen, pass mal auf, liebe Leute, wir wollen ganz gerne, dass ihr auch ein paar Sachen bei uns vorstellt. Jetzt seid so und so lange schon bei uns. Uns gibt es seit, weiß ich nicht, 1950 und was, Hannover Messe damals noch. Das liegt daran. Andere Messen wie CES und wie der Mobile World Congress sind da weitaus aggressiv, bieten weitaus mehr Events drumherum. Sorry, liebe Hannoveraner, aber es ist einfach schwierig jetzt hier für den Journalisten aus Asien oder aus den USA hier abends noch großartig was zu machen. Die kannst du dann meistens in dieser Bayernhalle, in diesem Oktoberfestzelt einfangen und das ist das, was die mitbekommen hier. Drumherum werden ganz wenige Events von den Herstellern durchgeführt und ich glaube, das ist auch ein großes Problem. Das ist ja mega. Ich meine, das ist eine geale Idee, dass man sagt, die Medien mehr Push erzeugen, weil dann kommen auch die Firmen wieder mit ihren tollen Produkten und warten lieber dann, statt auf der CES in Las Vegas, was ja auch am Arsch der Welt ist, ganz ehrlich. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so angenehm, da hinzufahren. Also ich finde es super einen Hinweis. Das ist also gar nicht mehr so das Thema, sondern es einfach macht mehr Medien-Push. Supergeil. Auf der anderen Seite, hast du eigentlich überhaupt jetzt irgendwas gesehen auf der Messe, wo du gesagt hast, es hat sich gelohnt jetzt zumindest herzukommen? Eine Sache, über die wahrscheinlich in den Medien relativ wenig berichtet werden wird. Und zwar hat hier Zeiss aus Jena so ein 3D-Virtual-Reality-Glas-Brillen gestellt da, was einen Sensor eingebaut hat, der sowas von feinfühlig ist. Und du setzt es auf und es sind zwei, ein Zentimeter Bildschirme vor dir und du wirst halt voll in diese Virtual-Reality reingesaugt. Und du bewegst den Kopf echt nur so einen Millimeter und es wird sofort übertragen, also innerhalb von wenigsten Millisekunden. Und das hat völlig abgefahren. Also sowas Cooles habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt. Also so dieser typische Wow-Effekt. Ich sage, es war wirklich klasse und toll, dass ich es hier erlebe. Ansonsten von den Produkten her, ja, hier ein paar Alter-Books, hier ein Tablet-Neues. Aber nichts, was jetzt irgendwie mich so umgeharrt hat. Überhaupt nicht. Wenn Intel schon Taschen für Alter-Books vorstellt, dann ist da so der Punkt rein, wo du denkst, ist das noch die Veranstaltung auf dem sein? Irre, ne? Er ist schon erstaunlich, aber gut. Das Flaggschiff. Das hat jetzt nichts mit der Qualität von den Tablets oder von den Alten-Books hier, von Intel zu tun. Aber für mich einfach so ein bisschen depaziert gewesen. Hast du mitbekommen, dass die Autohersteller hier ein bisschen was machen? Ja, ja. Hast du das mal angeguckt oder geht das so bei dir vorbei? Ich war kurz bei Audi am Stand, die auch handlich aufgefahren haben mit einer wahnsinnigen Neon-Röhren-Konstruktion. Da hatten wir gestern noch einen Wagen komplett abgeschirmt und haben uns dann ganz schnell vom Stand runtergescheucht. Ist übrigens generell ein Thema. Der erste, es ist ganz lustig, obwohl ich Deutscher bin, ist die erste Firma aus dem automobilen Sektor, die auf mich zugekommen ist, vor knapp zwei Jahren Ford gewesen. Ford. Na ja, die sind früh dran gewesen. Die sehr proaktiv auf TikToker zugegangen sind und mich einfach damals gefragt haben bei der CES vor zwei Jahren, ob ich nicht einfach mal so 20 Minuten Roundup-Interview geben kann und ein bisschen erzählen kann, auch über zukünftige Technologien, die ich in diesem mobilen Bereich sehe. Und wenn du siehst, wie die von dieser Bailout-Company sich zu einer sehr progressiven, technologieumarmenden Firma, und damit meine ich jetzt nicht, dass Audi, Mercedes, BMW nichts mit Technologie zu tun haben. Im Gegenteil, das Problem ist, der Kunde sieht von der Technologie, die in diesem Gerät erinnert, relativ wenig. Wohingegen Ford versucht, hier so eine seamless Experience herzustellen. Man darf eins nicht vergessen. Ich kann es aus der Tasche raus. Es gibt genau drei Geräte, die wir den ganzen Tag nutzen, die drei wichtigsten Geräte. Das ist zum einen das Telefon, das ist zum anderen der Fernseher und das dritte ist das Auto. Und Automobile sind über Jahre wirklich vernachlässigt worden, in diesen Kontext überhaupt gebracht zu werden. Das heißt, seamless Experience zu erzeugen wäre zum Beispiel, die Kids schauen vorm Fernseher gerade die Sendung mit der Maus, müssen aber jetzt gleich zum Fußballtraining hin, werden ins Auto gepackt, sitzen auf der Rücksitzbank und gucken genau an dem Moment weiter, wo sie gerade im Fernseher aufhören. Das ist alles möglich. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab, Ford, die geben da richtig Gas. Das heißt, du meinst auch, also ich meine, es ist interessant, wir hatten ja so Player wie Intel, okay, gut, dann haben wir noch Microsoft, gut, dann haben wir noch Asus und all die anderen Player aus Asien. Das heißt, wenn ich richtig verstanden habe, du glaubst, dass die Autofirmen so ein bisschen was bringen werden, aus ihrer Ecke auf einmal, Impulse in die IT hinein? Absolut. Bisher ist es ja immer ungekehrt gewesen irgendwo, oder? Genau das wird passieren. Natürlich ist die Automobilindustrie auch abhängig von dem, was die Zulieferer umherumbauen. Aber das, was, ich sag jetzt mal, vor fünf Jahren der Tüftler um die Ecke gemacht hat, der sich einen Rechner ins Auto reingebracht hat, hinten TFTs rein, diesen ganzen Schnickschnack, das wird mittlerweile aus einer Hand geliefert. und dadurch, dass das Auto ja auch Sender und Empfänger wird in Zukunft. Zum Beispiel Proton hat gerade in Malaysia mit dem örtlichen Telco das erste 4G-Cut, das erste LTE-Auto gelauncht und es hat jedes Auto ein LTE-Hotsportal von Proton. Ich finde das einfach nur genial. Wie cool ist das denn? Oder wenn du zum Beispiel Sachen anschaust wie Tesla, die zwar eine sehr, sehr kleine Autospiele außen starten für Elektroautos, aber diesen Tesla S, der ein tolles Multimedia-System mit so 17 Zoll Touchscreen hat, auf der Terra 2-Basis von Nvidia, also das, was wir auch in aktuellen Smartphones drin haben, und die wirklich alles ausprobieren, was da gerade möglich ist und das ins Auto packen. Sobald diese Automobile da sind, wird das eine richtig große Auswirkung haben auf PC-Hersteller, auf Smartphone-Hersteller. Das heißt nämlich ganz einfach, ich werde zum Beispiel eine App auf meinem Smartphone haben und kann gucken, wenn ich ein Elektroauto habe, wird es zu Hause, wie ist der Ladestand von der Kiste? Was macht der Tank? Wie geht es den Reifen? Was ist der Reifendruck? Und so weiter. Solche Geschichten. Das nächste wäre dann natürlich, dass ich das genau umgekehrt mache. Wenn ich ein Altra-Book habe, kann ich das natürlich ähnlich machen. Oder dass ich zum Beispiel auch Inhalte, wireless, auf das Auto übertrage. Dass zum Beispiel mein Auto ein Dropbox-Client hat. Das kommt ja auch noch. Das ist ja interessant. Dass das gesinnt wird, die ganze Zeit. Dass ich automatisch Status berichte, wenn es zum Beispiel ein Problem geben sollte. Ich sitze hier. Auch diese Sachen gibt es schon seit Jahren. Nur das alles unter eine Haube zu packen, unter einem Dach zu packen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Kann es sein eigentlich, wenn ich hier zu erzählen höre, das hört sich ja fast schon so an, als würde irgendwann, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, du schreibst ja wahnsinnig viel über diese mobilen Computer. Also Mobile Computing. Wir reden jetzt hier, auch wenn es jetzt ein Begriff ist, mobiles Fahren von A nach B. Ist es nicht irgendwann so mal, dass wir uns gar nicht mehr fragen werden, was für ein Gerät haben wir eigentlich und wo ist dieser Computer? Es ist uns eigentlich egal. Sind wir da nochmal jetzt noch weit entfernt, weil jeder will noch eine tolle Marke in seiner Hand haben? Ich habe ein iPhone, toll, ich bin cool. Oder sind wir wirklich noch nicht so weit? Oder kommt das tatsächlich früher, als wir denken eigentlich? Also nach dem Motto, Zugang zu Computern, uns egal, was es ist. Ich habe die App, ich habe das, was ich will. Was für ein Computer ist, mir wurscht. Ich bin ja wirklich ein furchtbarer Apple-Kritiker, aber ich gebe Steve Jobs auf jeden Fall für den Rest meines Lebens Credit, indem er ganz einfach gesagt hat, dass einfach der PC so als fassbare Größe oder als Kiste, die wir uns so vorstellen, das hat Uhr und grau und laut und voll so viel Strom, dass es völlig irrelevant wäre. Genauso werden Betriebssysteme irrelevant werden. Also wie so eine Art Spitze, die mal entstanden ist, ist es teuerisch und irgendwas hier weg, weil es gibt uns sowieso, es ist wie eine Infrastruktur, sie ist einfach da und wir sehen es eigentlich gar nicht mehr richtig. Wir nutzen es einfach. Es gibt, es ist sehr, sehr schwierig Vorhersagen zu machen. Es gibt aber eine sehr feste Größe und das ist das berühmte Moos Law. Also Intel-Ingenieur, vor ein paar Jahrzehnten mal herausgebracht, das ganz einfach besagt, dass alle 18, 24 Monate sich die Rechnerleistung verdoppeln wird. Das heißt ganz einfach, dass in vier Jahren wird so ein Gerät wie dieses S2 mit dem Dual-Core-Prozessor 50 Dollar kosten, wenn überhaupt. Das heißt dann in dem Moment auch diese ganzen normalen Handys und Feature-Fonds passé, die wird es nicht mehr geben. Das sind alles Smartphones. Wie wird das dann aussehen mit unseren Notebooks? Wie wird das in zehn Jahren aussehen? Hast du gesehen zufällig dieses, was Microsoft nur als Demo gemacht hat, ein Mini-Motherboard mit irgendwie zehn oder zwölf Anschlüssen für USB, für GPS, Sensor und so weiter, war einfach ein kompletter Computer mit halt nur, dass du die Kabel sehen kannst, dass man versteht, was sind Embedded Systems. Also die Computer verschwinden quasi von dem, was wir uns noch mit den Maschinen beschäftigen, sondern das heißt die Anwendung und was ich machen will, damit beschäftige ich mich also. Das heißt eigentlich bist du noch irgendwann mit deinem Netbook-News-Blog, also was du ja noch betreibst oder Magazin oder Website, ist egal wie wir es nennen, bist du eigentlich arbeitslos oder nicht. Natürlich. Oder wie siehst du das? Ich meine, du wirst ja nicht Rentner werden damit, das ist klar. Auf Namen kommt es ja jetzt eigentlich auch nicht so schnell an, aber du hast völlig richtig, übrigens habe ich angefangen in der Embedded- und IPC-Szene. Ja, da kommst du wieder zurück quasi eigentlich. Da komme ich prinzipiell her. Ein ganz schönes Gerät, Raspberry Pi, kostet glaube ich 29 oder 39 Dollar mit einem 300 Lengahalz-Prozessor. Ja, richtig. Es geht nicht nur um diese Plattform alleine. Was unheimlich spannend werden wird, ist jetzt, das Ding ist so günstig, dass werden sich so viele Tüftler leisten können, davon auch ganz viele. Wir werden innerhalb der nächsten zwei Jahre, bin ich mir ganz sicher, irre Geräte basierend auf diesem kleinen Stückchen Hardware sehen. Und da kommen wir dann auch wieder zu diesem Internet of Everything, nicht nur diesem Internet of Things, vergiss das, das Internet of Everything. Die werden überall drin sein. Und wenn wir nochmal von diesem Nullslau ausgehen, worüber wir gerade gesprochen haben, dass es alle 24 Monate sich extra in etwa verdoppelt wird und dass die vor allen Dingen immer kleiner werden in der Plattform. In 25, 30 Jahren werden wir CPUs haben, die so klein sind und so wenig kosten, wahrscheinlich weniger kosten als ein Glas Wasser und die wirklich überall rein verbaut werden können. Also was ist eigentlich das Geheimnis, was sich da bewegt? Ich meine, ich mache Dinge, weil es mir Spaß macht, gut, es ernährt mich noch. Was ist es aber dahinter? Eigentlich ist es ja nicht die Netbooks. Man verbindet dich ja immer mit den Netbooks. Du bist Mr. Netbook. Mittlerweile sogar weltweit, was ein Megahammer ist. Nur ist es wirklich das, dieses Mobile Computing, oder was ist es eigentlich, was dich daran so fesselt und fasziniert? Warum machst du das eigentlich? Ansonsten bin ich erstmal ein absoluter Geek. Ich stehe halt auf Technik. Und ich glaube, dass kleine, kostengünstige Rechner unsere Welt einfach komplett verändern werden. Ich habe vor etwa zehn Jahren mein erstes Mini-ITX-Memo bekommen. Das war 17x17 cm groß. Wie eine CD-Hülle. Das ist der gleiche Formfaktor. Ich habe das ausgepackt und habe gesagt, wow, das ist es. Entweder werden die Kisten größer und schwerer und lauter, oder die werden kleiner und kompakter. Und dann habe ich meine erste Firma auch damals aufgebaut. Dann habe ich nicht genug Geld gehabt, um Marketing zu machen. Und habe eine eigene Community gegründet. Und so hat sich das entwickelt. Die Geräte sind weiter kleiner und kleiner geworden. So eine Kiste hat mittlerweile die Performance vom Desktop-PC von etwa sieben Jahren. Und das wird so weitergehen. Und genau das ist es. Es sind so Sachen wie zum Beispiel dieser Raspberry Pi. Wo man einfach mir vorstellen kann, ich pass auf, für 29 Dollar, das können sich vielleicht auch irgendwelche einkommensschwachen Familien leisten. Die schenken das Geld.